Der Deutsch-Turgolese war am Samstag zum Probetraining bei den Kardinals eingeladen worden und konnte Bosse überzeugen. De Gehry spielte zuletzt für Cologne Crocodiles in der German Football League GFL. Dort verbuchte er in der vergangenen Spielzeit 12 Sucks, 40 Tackles und er zwang zwei Fumbles. Ein reguläres Saisonspiel bestritt bislang noch kein Profi, der aus der GFL in NFL gewechselt war.